Hi Leute und willkommen zu... Warte mal an... Da hab ich schon an... Ja, ich guck mal an. Ähm... Ich hab grad eben... Ich hab grad eben Eisensäckchen... Eisensäckchen müssen wir schon langsäckchen. Ähm... Diese kommt wieder sehr rein, weil wir auch ein bisschen Nalo. Dann mach ich einen... Steak. Weil... Ähm... Wieder ein... Das war jetzt kurz 20... Ähm... Also ich hab äh... Da gab es ein paar Aufnahmeprobleme und... Ich hab da grade gestoppt und... Ja... Bin ein paar Mal gestorben. Ähm... Da hab ich auch mal ein bisschen was gefarmt. Und grade sah sie durch das Projekt also mit dem Tag. Ähm... Mal wieder... Ähm... Ach, ich hab die Sprache zu zeigen... Auch... Ne... Dann... Da hab ich die Sprache zu zeigen. So... Und... Hüh... Ich fand... Ich würde sagen, wir essen was und sieh, was ich hier hinten gebaut habe. Nächster Vorteil! Es ist meine 100. Folge auf dem Kanal und deshalb würde ich nur sagen, mache ich das einfach mal als so klein, kurz gelöst. Das ist kein Special von diesem Projekt hier. Über 10 Abonnenten oder 2 Abonnenten werden sich am besten aus wahrscheinlich trinken. Aber es wird hier ein Glück für Merkel. Also meine Mission ist ein Leswatch zu bekommen. Und noch ein paar Materialien. Mit Zaubertränken. Oh Mann, also das ist letztlich. Hallo? Oh Gott. Heute to the Chunkens, O-Sone. Und es ist ein Schild? Oh Mann, also ist ein Schilder! Und es ist ein Schilder! Oh Mann, also mein Christian! Und die Schilder ist ein Schilder. Und das ist ein Schilder. Die Schilder, die Schilder, además von ein Schilder! Okay, du wirst du. Okay, du wirst du. Hvað spró ég ó ein bissi, henni spýt um ennum vonum. Ähm, ich hatte bisher noch keinen Tiefbeck, das ist jetzt auch, äh, jetzt nicht schon unter der letzten Verwehr wahrscheinlich. Ähm, nein, noch nicht mehr, es war mal elf von mir. Das Hochland ist zwölf Stunden. Das heißt, ähm, nach einem Tag werde ich noch nicht so ausgegangen. Ich hab dann auch schon eine Umfrage gesehen, aber dazu muss mir jetzt nicht jemand schreiben, wie es geht. Ja, danke, danke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also, kvarts hab ich auch noch ein bisschen, daraus werde ich dann wiederverschämt um ein Hausraum, weil es nicht kühl ist. Es ist ja da unten, es ist nun im Bunker und ich bin ein bisschen mehr im Lager und das hat überraschiert. Hvað er hægt, Það er noð hér? Hvað er hægt, Það er hægt? Hvað 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 er hægt? die Klinik doch kein Bild ein paar und hier schade und die Klinik um und es wird schon der ersten um die Schatten zu tun für Leute ich würde sagen dass das von ja das war's noch nicht wir sehen uns gleich wieder ja ok Leute willkommen Okay, wir kommen jetzt wieder zur 8. Bolle, hab jetzt gerade wieder kass gemacht. Und ich werde jetzt mal 5. Bolle, ja. Und ich bin gerade noch im Messer. Solstern, kann man jetzt ein Müller nachher brauchen. Ja, das war nichts. Und wir schauen uns erst mal Level fahren und fölum das schwer, würde ich mal sagen. Sonst werden wir schon ein bisschen zum Messer verteilen. Und wenn ich jetzt aber eine der Zunge kriege, dann schlaue ich wieder alle. Das ist eher so ein bisschen gut. Ach komm schon Blaze. Blaze finde ich nur im Messer, oder? Ich brauche nur eine Blaze. Okay, ich brauche mehrere Blaze. Und falls ich jetzt vorne finde, werde ich den auf jeden Fall behalten. Und dann, du kannst du jetzt auf jeden Fall. Und dann, du kannst du jetzt auf jeden Fall nachher. Ich brauche, du kannst du jetzt rein und dann, du kannst du nicht nur das, Schade, ähm, das war wieder nur zwei Minuten. Ähm, und dann soll die Person am nächsten, äh, wenn er einschaltet. Ähm, ich hab echt schützt, wenn ich mich nicht mehr an, ich hab mich auch hart gestillt und, so, das, die sind ja echt alles, äh, komm, Jörg, du musst in meinen Garten. Hallo, Gas? Gas? Ich hab mir ein bisschen die Damage erwischt. Ich weiß, keine Brüche. Ich hab mich auch so viele Sachen jetzt angetan. Was ich empfinde, da mach ich auf jeden Fall die 1.9 rein, ähm, weil dort einfach cooler ist, wie der 1.9 spielen. Ähm, weil da gibt's ja da auch diese Dungeons, da kann ich mir die Elite was holen, könnte mir auch so ein Schild behaupten. Jetzt die Frage, kann ich die Schild auch in 1.8.9 verwenden? Schreibt mir das auch mal so wenigstens nach. Wenn ich nicht streamen werde, ich bin ja auch direkt an Worte, aber auch nicht streamen, heute vielleicht noch, kann ich aber noch nicht direkt sagen. Ja, also so krieg ich mal so wenigstens Level, das erste. Acht, ähm, ist jetzt auch die Beuge um. Ähm, ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Mal. Thanks or� showscape, okay? 레o auf die Beuge um. Wish are weco her. Bis dann,чив is mauler für Katarian, jumper Israel- der Hannah Willow, bis dann hier. See you once gesehen. Bis dann auch wiedergrikt. Bis Dann,ối estrogen. Bis dann an alle stoppen. Vielen Dank.